Willkommen zurück in der virtuellen Horror-Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Heute zocken wir Dark Harvest und das ist ein Horrorspiel, wo wir im Wald und auf so einer Farm unterwegs sind, durchs Kornfeld. Dann haben wir so eine Taschenlampe, alles ist natürlich dunkel und wir müssen so kleine Kisten finden, damit wir das Spiel schaffen. Und natürlich werden wir auch von fiesen Alien-Kreaturen verfolgt und da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht sehen. Also ab und zu mal die Taschenlampe ausschalten. Alle Infos zum Spielpreis, Release, Plattform und Spielposition findet ihr in der Beschreibung. Danke an meine Sponsoren Voodoo.s.vr, Opperman Events, Virtua Escape, Slim Beats, JN Design Media und VR Rock Prescription Lenses. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de So Leute, willkommen im Spiel. Ich drücke hier einmal auf Continue, ich bin nämlich gestorben. Ja, und da seht ihr auch schon das Erste, was an dem Spiel ganz furchtbar ist. Der lässt einfach immer die Taschenlampe die ganze Zeit fallen. Und du musst die wirklich, gerade mit den Index-Controllen, dann musst du die wirklich die ganze Zeit richtig festhalten, sonst fällt das immer runter und das ist so nervig. Also wir müssen irgendwelche Kisten einsammeln. Hier lag eine Kiste und wir dürfen uns nicht von so einem komischen Vieh erwischen lassen. Die Grafik sieht aus, also ich sag mal so, wenn die vor 20 Jahren so erschienen wäre, da hätte ich mich auch schon beschwert. Also schlimmer kannst du es halt eigentlich gar nicht machen. Oh, da ist das Vieh. Wir müssen uns vor diesem Viehhalt in Acht nehmen. Es ist wirklich, man hört es schon wieder. So, wir müssen halt einfach stumpf irgendwelche Kisten einsammeln. Und da müssen wir sogar einfach drü- Oh, oh. Wir gehen mal hier lang. Tschüss. Oh, fuck. Scheiße, renn! Oh, shit. Ja, das ist halt, äh... Oh, when the torch is off, you are harder to see. Wo sind wir jetzt? Hä? Ach, schon wieder hier. Das ist so ein Scheiß, ey. Vor allem, die kannst du ja gar nicht ausmachen. Auffarmen. Achso, hier sehen wir übrigens dann nochmal, wie viele wir schon eingesammelt haben. Und da lässt er es wieder fallen. Ja, das ist so ein Scheiß, echt. Und dann dieser eine stumpfe Jumpscare, der da immer kommt. Guck, da ist das Vieh wieder. Ich weiß nicht, wie ich dieses Ding ausmachen soll. Ich weiß nicht, wie ich dieses Ding ausmachen soll. Oh, fuck. Scheiße! Ah! Ist das ein Scheiß. Also echt, Leute, ey. Ich weiß nicht, von was der das abhängig macht, dass man da gesehen wird, irgendwie. Ja, toll. Weißt du, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn jetzt bitte hin? Gott. Ich lasse das Licht einfach aus. Aber dann sehe ich den halt auch nicht, ne? Und der sieht mich auf jeden Fall, wenn ich ein bisschen näher schon drankomme. Also quasi mit dem Licht hast du eigentlich keine Chance. Da ist einer. Und der hat mich auch direkt schon gehört. Der ist irgendwo hier. Aber sobald ich die Lampe anmache, kommt der sowieso direkt. Ah. Erleckt mich doch. Ah. So. Ich meine, diese Kisten können halt überall mal eben liegen, ne? Das ist jetzt... Also das ist wirklich das, was mir am meisten auf den Keks geht hier. Du kannst halt einfach diese Taschenlampe nicht festhalten. Der tut die random einfach mal irgendwo rumballern. Das geht mir echt auf den Keks. Ich weiß nicht, wo wir jetzt lang müssen. Wirklich überhaupt nicht. Kann wirklich überall sein. Scheiße. Ich sehe... Man sieht den gar nicht, ne? Oh, scheiße. Der kommt. Dann gehe ich jetzt mal hier lang. Er kommt. Und hier siehst du ja sowieso nichts. Ne? In diesem komischen Kornfeld. Was'n Shit. Und da ist sogar ein Haus. Hier muss doch eine Kiste sein. Komm schon. Ja, guck mal jetzt. Zack, einfach weg. Zwei von fünf. Ja, und wenn du halt alle fünf gefunden hast, dann... ...hast du das Spiel durch. Der Typ ist hier hinten dran gerannt, oder? Schön haben sie es auf jeden Fall hier, ne? Na ja, Leute. Ich glaube... ...es reicht. Da fliegt sie schon wieder. Ist halt... Also ein Mini-Horror-Spiel für zwischendurch. Leider vor Einsatz natürlich auch für Anfänger-Motion-Signis, weil man sich künstlich bewegt. Deswegen ist es noch nicht mal was für Anfänger. Naja. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal zurück ins Studio. Und dann reden wir mal da drüber. Dark Harvest, Leute. Also, sorry beim besten Willen. Ich mag zwar VR-Horror-Spiel, aber das ist so billig. So ein billiger Shit. Und das kannst du noch nicht mal Anfängern zeigen, weil du halt da Smooth-Motion hast. Und dann hast du halt Motion-Signis, ja? Und diese Grafik, also da kannst du dich ja gar nicht gruseln. Du gruselst dich ja eher vor der Grafik als vor den Gegnern. Und dann gibt es nur einen einzigen Jumpscare. Und du kannst die Taschen quasi gar nicht anschalten, weil dann die Feature sofort kommen. Ne. Ist nichts für mich. 5 Euro finde ich dann auch zu viel. Kann ich leider mich nicht mit anfreunden. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.